so leute herzlich willkommen zurück zu let's play hobbits legacy ja scheinbar fehlen uns tatsächlich flogen flammen ich weiß nicht wo wir haben laut der trophäen guide 98 prozent aggo müsste eine dort fehlt ich habe keine ahnung wo sie ist also da ist noch eine die habe ich nicht gesehen nach allen scheier ok liebe leute ich sag mal machen wir mal kurz ich werde mir die kurz die seine flamme holen dann haben wir uns aber alle einmal durch und dafür gibt es natürlich ein trophäe und die wollte ich also nicht die nicht dass ich ein trophäen guide bin aber mein ziel ist es das nicht komplett zu machen wir müssen in der rein scheier die eine flamme holen das ist jetzt tatsächlich ein zuvor gewesen dass ich die gesehen habe ich weiß nicht ob es das die eine noch ist oder ob das habe ich dann noch einmal 98 prozent habe ich habe ich jetzt erwarten neuer dass jetzt 98 prozent mit der oder mit der einen sind oder ob da noch eine fehlt was haben wir denn hier ein demi geist das war der letzte jetzt bin ich schon wieder aufnehmen aufgaben auch gott ich wollte die aufgabe machen heute so da ist nämlich ein demi geist jetzt habe ich wieder nicht das spielschule abgekackt so warte mal kurz warten wir sind gerade schon wieder mein wlan weggekackt so ich muss gerade gucken wo der ist dann ist er bestimmt oben perfekt dem igreis mond ja so was ich eigentlich jetzt gemacht haben wollte wir machen schon wieder und wir machen wieder aufgaben die wir eigentlich nicht machen wollen naja dann machen wir halt wieder was anderes dann können wir uns heute hier bis in die stadt dann machen wir mal die trophäe die truhe in die ein so die ist bestimmt hier unten die truhe da ist hier oben vor allen dingen wenn man glaubt die sind sie denn hin dann ist hier oben glaube ich oh eine video seite hier so dass das da wir ja so schon mal hier sind eine will oder zentakula wenn der mode auf zentakula ok meine truhe ist und meine dings ist voll ich will sich mal den händler suchen dringend ich mach das auch egal ich muss mal gucken wo wir jetzt die einen haben noch also ja ich habe dafür gekriegt für die hat es nur eine stelle ich muss mal hier ein bisschen zeug verkaufen weil ich muss die ausrüstungsplätze frei ausrüstungsplätze freikriegen dinge verkaufen was verkaufen sie was verkaufen sie hier ist das selbe grün aber ich will gerne meine sorge dinge verkaufen verkaufen ich verkaufe das mal das was ich sowieso minus ist wir brauchen ja 4000 um eine weitere besen besen erweiterung zu kaufen deswegen werde ich jetzt noch nichts mehr umziehen so jetzt muss ich gerade gucken hier sind wir gestattet bestimmt in dem haus hier nee nicht in dem sondern dem daneben ich habe ja das hausmarkiere ich habe ja die miguel nochmals vielen dank für die rettung meines klingen aber wie viel dem egal ist es habe ich ich brauche ja 13 dass ich nicht alle finde suche alles klar dass ich jetzt aber einzelne die einzelnen suche warte mal inventar sechs noch sieben brauchen wir wir suchen mal uns jetzt die dörfer nach und nach ab wir sind wegen den ich will jetzt eigentlich kann alle die miguel ist noch fangen noch kriegen oh warte mal warte mal Sind wir schon wieder in der Nacht, oder was? Ich bin schon wieder zu viele Nebenaufgaben am Machen. Ich sage ja, es kommt immer irgendwas dazwischen. Ich bin schon wieder in der Nacht, oder was? Ich bin schon wieder in der Nacht, oder was? Oh, das ist schon wieder zu hell. Das könnte nur zu hell sein. Ich bin schon wieder in der Nacht, oder was? Ich bin schon wieder in der Nacht, oder was? Ich bin schon wieder in der Nacht, oder was? Was drin ist? Ich vermute es in diesem Schloss, in dem Gebäude drin ist. Das stimmt oben dann, ne? Ja, du bist kleines DMK-IS. Das wäre dann Nummer 7. Du bist doch nicht umsonst von so einer... Boah, schreib mich doch nicht so Katze. Und ja, ich meine meine echte Katze. Hm? Die kommen aber auch knudeln, ne? Es sind sogar zwei Katzen. Die eine habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Aber ich befürchte, dass wir hier wieder warten müssen. Ich mach mal kurz... Das ist so hell, das ist klar. Oh Gott, da sitzt jemand! Hm? Ich hab gedacht, okay. Das ist ja vielleicht doch noch ein Demigeist rumleift, aber rumgeistert, oder rumsteht. Aber nein, nicht in dem Haus. Warum auch immer das jetzt so durch ein Schloss gesichert ist. Bah! Hör mal, jetzt muss ich grad gucken, wo die Tür ist. Ähm, hallo? Nimm mal die. Nimm mal die. Nimm mal die. Nimm mal die. So, jetzt gucken. Nimm mal die. 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 Laut dem was ich auf der Karte gesehen hab, müsste ich hier aber noch ein Minimum eine rumgelaufen. oder ja da oben sei um sie müssen versteckt sein hat doch nicht gesagt hier von wegen demige ist du gehörst mir oder so oder wir sind jetzt hier in dem haus laut dem haben wir alle seiten wir haben noch nicht alle truhen aber wir sind ja in cambridge aber wo könnte der dimmi geist sein vielleicht hier perfekt hab dich eins nummer sieben so nächste die mit geist dort die mit geist dort ist es auch mit der event ja okay da oben ist auch noch eines ja wir machen jetzt die break so wird das eine dinge genau immer noch die dämme geist suchen ich lasse jetzt auch gerade erst mal so ein bisschen die dicks ab hausend vor hier das könnte ein sein Nö-kan. abgeschlossen sind wir klacken trub sie kohle das war gar nichts was ist denn Vielen Dank. Vielen Dank.